Norddeutscher Rundfunk 2021 Und jetzt ist es soweit. Wer wird es sein? Was glauben Sie im Saal? Wer wird es? Also, ich weiß es. Die neue Miss Germany. Was denkt ihr die Jury? Jury, was denkst du? Ich auch nicht mehr. Jetzt mach. Toller Moment. Also, ich möchte es nicht noch spannender machen. Miss Germany 2022 ist Dometina! Zubatina! Zubatina! Zubatina, komm gerne her. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Anja? Redest du dich mal bitte! Anja! So hat sie es auch. Ja! 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 Und Dometina! Das ist dein Moment! Mit Germany 2022! Ja! Dometina! Ja! 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 beiden! Ja! Ja! Untertitelung. BR 2018